Ja, hallo, ich bin die Andrea und ich war schon einige Mal zur Hypnose und ich wollte kurz darüber sprechen, inwieweit mir das geholfen hat, sehr geholfen hat und ich bin für jede Frage offen. Ich war natürlich auch skeptisch, hatte auch Zweifel, aber ich war davon überzeugt, dass es mir doch in gewissem Maße wirklich helfen kann. Und habe mich dann darauf eingelassen. Die Hoffnung auf Veränderung war eben wesentlich größer als der Zweifel in dem Moment. Und der Wille zur Veränderung war bei mir sehr deutlich. Meine zwischenmenschliche Beziehungen haben mich wesentlich verändert. Ich kann Gutes und Nichts so Gutes viel besser unterscheiden. Ich habe auch grundlegende Veränderungen durchgeführt. Ich habe mich aus einer Beziehung lösen können, die mich sehr unterdrückt und sehr, ja, krank gemacht hat. Was ich eigentlich nie gedacht hätte, dass ich das wirklich bewältige, dass ich diesen Schritt schaffe. Und in kürzester Zeit habe ich dann wirklich ein neues Leben angefangen mit all Konsequenzen. Und wie Kraft hatte ich denn dazu? Und das war das Wunder. Auf jeden Fall sehr kompetent und sehr interessiert an der menschlichen Seele. Und auch sehr reif entwickelt. Und ja, bin sehr überrascht gewesen von deiner Person. Also ich würde die Hypnose, habe ich auch schon einigen Menschen, ganz dringend empfehlen. Weil sie einfach in Bereiche kommt oder nicht, ohne eigentlich, erreichen kann. Das ist einfach viel schwieriger.